Ach Leute, ich vergesse das alles hier. Das brauche ich doch! Oh Gott! Warte mal zu gern hier, warum ist das so scheiße, oder? So, die Leute, da kommen wir hier. Ich habe mir gesagt, dass es nicht geht. Dann gehen wir jetzt noch kein Zurück, also glaube ich hier. Dann haben wir dieses Bett hier müssen, haben leider den Jokal ein bisschen. Selbst für die Gestern. Zum Abend hin, geht der Regen los. Boah, ist das... Dieser Regen ist wirklich Maximum Achtbar. Im Regen, kein Problem, aber im Regen Lager ausschlagen, kein Problem. Das nervt so rum, weil ich eigentlich alles viel mehr erleben wollen würde und mehr Kram machen würde.